Heimat. Echtes Handwerk. Faire Preise. Hallo und willkommen in meiner kleinen Fleischerei. Seit 1936 produziert unser kleiner Familienbetrieb traditionelle Rezepte neu interpretiert. In der Woche vom 3. bis 7. Dezember halten wir Ihnen besondere Angebote bereit. Schweinekotelett. Statt 7,40 Euro nur 5,99 Euro pro Kilogramm. Und 4 Wiener zum Preis von nur 2,22 Euro. Neu in unserem Sortiment Trüffelnuss und geräucherte Gänsebrust aus eigener Produktion. Probieren Sie auch unsere köstliche Weihnachtsmannsalami und unseren Weihnachtsschinken. Hier stimmt die Qualität. Fleischerei Preuss, Ihr Fleischerfachgeschäft in Lauchhammer. Weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst.